Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt mir im Raum. Keiter, Jäger, Krebs, und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer sind Sie? Der Angriff Steiner hat mich verlogen! Der Angriff Steiner hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nicht zweit als ein Haufen, nie das verrächtige, treulose Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblühen... Ich stand Feiglinge! Verräter, Versager! Mein Führer, Was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch der Geschmacks des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang, dass das Militär mal eine Aktion im Loppe hielt! Es hat mich jeden nur als Widerstand in den Weg gelegt! Ich hatte gut daran getan, um jahre alle Höheroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie, und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne, jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Aber es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig! Eher jacke ich mir eine Kugel durch den Kopf! Sie wissen, muss ich aber nicht in den Kopf zu tun! Ich möchte nicht in der Kopf das Hechte wie das Hechte! Ich möchte jetzt auf dem Kopf! Ich möchte jetzt in der Kopf! Ich möchte einmal ein ZDM-Beschön! Ich möchte jetzt auf der Kopf! Wir hätten uns hier früße gehen! Und diese Übung, sind wir ja sicher! Ich möchte mich nicht in der Kopf! Eher im ZDM-Beschön! Wir hätten Sie! Wir hätten da! Und diese mitzule? Wir hätten in der Kopf! Vielen Dank.